Ich wünschte, ich könnte mich vorstellen, aber ich bin tot. Ist echt ätzend. Der, der ist mein bester Freund. Manchmal unterhalten wir uns sogar. Diese Kerle nennen mir Knochen. Die fressen alles, was ein Herzschleit hat. Ich meine, das mach ich auch, aber... Ich fühl mich nicht wohl dabei. Sei mal tot. Das ist zu viel. Sei nicht gruselig, sei nicht gruselig. Was bist du? Das ist eine Leiche, die mit der Seuche infiziert wurde. Sie hat kein Mitleid, ist ohne Gefühl und bereut nichts. Ich verstehe das nicht, aber er verändert sich. Er fühlt plötzlich und lernt wieder ein Mensch zu sein. Mein Gott, ist er das etwa? Ja. Was geht ab? Na, da hast du ja was losgetreten. Was auch immer da zwischen euch beiden läuft, das hat die anderen angesteckt. Dad, die haben angefangen, sich selbst zu heilen. Die heilen sich nicht selber. Komm mit mir. Bei Sichtkontakt, Feuer frei. Sie sind durchgebrochen. Wir verändern alles. Wir sehen Leichen mit Skelettenkämpfen, Sir. Auf wen sollen wir schießen? Schießt auf sie! Hi. Hä? Das ist also dein Freund. Dein Zombie-Freund. Halt die Klappe! Die Klappe! Der Klappe! Untertitelung des ZDF, 2020